Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyreni mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und da sie ihn verspottet hat, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm den Mantel aus und zogen ihm sein. Und da sie ihn verspottet hat, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm den Mantel aus und zogen ihm sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020